So, herzlich willkommen zurück zu meinem zweiten Part in The Elder Scrolls V Skyrim, aber insgesamt ein 14. Teil, ja doch, 14. Teil ist es jetzt von Skyrim und wir befinden uns gerade in Weißlauf. Ähm, ich weiß gerade nicht mehr, was wir das letzte Quest gemacht haben. Ah, genau, wir müssen Nesselfluch finden und, ähm, dann war, dann genau, dann haben wir hier noch diesen, diesen, ja, was war das, diese komische Bier da, dieses Mäht abgegeben. Ähm, so, jetzt muss ich euch mal überlegen, was wir jetzt machen könnten. Ähm, ist ja nicht so, dass Skyrim irgendwie wenige Quests hat oder so, aber, ähm, man muss sie halt finden. Und gerade am Anfang ist es echt nervig, manchmal neue Quests zu bekommen, ohne irgendwie die Hauptquests durchzuackern von vorne bis hinten. Aber ich glaube, hier hinten war noch eine Quest, genau, wo wir den Eingefangenen, äh, der Alikir befragen müssen. Und da machen wir jetzt einfach mal weiter. Wir werden heute, na, heute vielleicht nicht mehr, aber wir werden in den nächsten Part dann auch langsam nach Einsamkeit kommen. Und nach Winterfeste würde ich auch mal gehen. So, jetzt, komm mal her. Komm her. So. Wer bist du denn? Gefangener Alikir. Was guckt ihr denn so? Ich muss Kematu finden. Wo versteckt er sich? Ihr wünscht also euren Tod? Wenn ihr diesen Namen kennt, müsst ihr wissen, dass eine Begegnung mit ihm euer Ende bedeuten wird. Wow, wow, wow. Wie es scheint, brauchen wir beide etwas Bestimmtes, mein Freund. Vielleicht sollten wir einander helfen. Gut, äh, was braucht ihr? Ich habe meine Brüder durch meine Gefangennahme entehrt. Also haben sie mich hier gelassen. Mein Leben bei den Alikir ist nun vorbei. Aber ich habe nicht vor, in diesem gottverlassenen Land zu sterben. Wenn ich aus dem Gefängnis kommen kann, fange ich ein neues Leben an. Wenn ihr das in die Wege leitet, verrate ich euch, was ihr wissen wollt. Hm, wie hoch ist die Eure Strafe? 100 Goldstücke würden für meine Freilassung reichen. Das könnt ihr euch doch leisten, oder? Wenn ihr die Information wirklich wollt, solltet ihr hoffen, dass dem so ist. Sorgt dafür, dass das Geld in den Händen einer dieser Waffen landet. Und ich verrate euch, was ihr wissen wollt. Warum haben sie euch hier zurückgelassen? Weil ich so ungeschickt war, mich festnehmen zu lassen. Kematu sagt immer, wir sollen die Besten der Westen sein. Ich weiß nicht. Ja, gut. Dann gucken wir mal, ob wir den hier irgendwie freikaufen können. Und der Goldstück ist ja echt nicht die Welt. Ich möchte die Strafe dieses Gefangene bezahlen. Geht in Ordnung. Dann sagt ihm auch gleich, dass er sich von der Stadt fernhalten soll. Mach ich. So, jetzt komm mal raus. So. Komm her. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie wir uns gegenseitig behilflich sein könnten. Ihr kauft mir einen Weg hier raus und ich sage euch, was ihr wissen wollt. Euer Bußgeld wurde bezahlt. Jetzt erzählt mir von Kematu. Nun, denn. Ihr findet Kematu im Schwindlernest. Einer unscheinbaren kleinen Höhle, westlich von Weißlauf. Euch ist doch klar, dass ihr diesen Ort nicht lebend verlassen werdet. Sie werden euch töten. Aber das ist euer Problem. Nicht meines. Gut. Wache! Mein Bußgeld wurde bezahlt, also lasst mich gefälligst frei! Dann wissen wir ja, was wir jetzt zu tun haben. Hier, die sind alle leer. Schade. Hm. Was machen wir denn jetzt als nächstes? Wenden wir uns nach Einsamkeit. Die ist hier. Oder doch lieber so in Richtung Windhelm und Weißlauf. Äh, da. Ne, äh, ich meine Winterweste. Was haben wir denn hier noch? Töte den Anführer von Schimmernebelhöhle. Klingt ja auch sehr spannend, ne? Oh. Ja, ich hier sind jetzt gerade drei Quests. Da gehe ich halt einfach mal hin. Dann muss man irgendwie diesen Brief abgeben. Und, äh, wir treffen Delfine wieder. Aber, wie gesagt, die Hauptquest würde ich jetzt nicht am Anfang gleich, ähm, durchmachen, weil, ja, sie, sie mit der Zeit auch recht schwierig wird. Vor allem dann, wenn wir ganz am Schluss dann quasi mit Alduin kämpfen. So, erst mal ins Handelskontor. Hier, mit Camilla Valerius. Ich freue mich, dass wir Freunde sind. Ich hatte nach einer Möglichkeit gesucht, euch zu danken. Was ich muss eigentlich machen? Bringe Fandalsbrief zu Camilla. Ich hoffe, damit habe ich sie gefunden. Ich wollte euch das hier geben. Ein Zeichen meiner Zuneigung. Das heißt aber nicht, dass wir verlobt wären oder so. So, ich... Aber jetzt. Fandals hat mich gebeten, euch diesen Brief zu geben und zu sagen, er sei von Sven. Was hat er? Wovon redet ihr da? Dieser eifersüchtige Idiot. Hat er gedacht, er könnte mich so manipulieren, dass ich Sven nie wiedersehen will? Danke, dass ihr mir die Wahrheit gesagt habt. Ihr solltet mit Sven reden. Sicher möchte auch er euch danken, dass ihr seinen Namen verteidigt habt. Klar haben wir ihn verteidigt. Wir sind ja ehrenhaft, ne? Ehrenhafter Taschendiebstahl. Äh... Ja, keine Bock. So. Dann wäre das auch erledigt. Ähm... Ja, reden wir jetzt einfach mal hier mit dem Schmied, unsere Schmiedekünste ein bisschen aufzubessern. Was auch immer ihr benötigt. Könntet ihr in der Schmiede Hilfe gebrauchen? Oh ja. Wie wäre es, wenn ihr mir einen Eisendolch schmiedet? Hier ist alles, was ihr dafür braucht. Fangt ruhig an. Gut. Dann schmieden wir uns jetzt mal einen Eisen... Hammer. Oder, ne, was war das? Eisendolch. Braucht ihr eine neue? Geh mal weg. So. Eisen. Eisendolch. Genau das war's. Ja. Dankeschön. Das ist nur ein kleines... So, jetzt geh mal weg hier. Ich will da durch. So. Hier ist ein Eisendolch. Ja, Komma. Wie wäre es, wenn ihr ihn schärft? Ihr braucht nur etwas Metall und den Schleifstein dort drüben. Gut, dann, äh... Machen wir den mal ein bisschen schärfer. Wendet euch an meinen Mann, Hort. Ah. Ah, Quatsch. Äh, hier. Ich könnte euch einen Schleifstein. Ja, ist gut. Ähm. Den können wir auch gleich noch veredeln. Und jetzt machen wir erstmal hier unseren Eisendolch. Und das auch. Können wir nicht zwei herstellen? Ne. Also herstellen? Ja. Und den verfeinern wir dann auch gleich, damit wir ein bisschen bessere Wache haben. Unsere ist jetzt 28. Machen wir ihn mal zu. 29. Wird der da auch... Wird der irgendwie besser? Ich weiß das nicht. Also 29 Stufe höher, Gewicht bleibt gleich und der Wert steigt halt auch ein bisschen. Machen wir auch mal. Damit wir ein bisschen bessere Waffe haben. Ja. Schmieden wird nachher noch ein, ja, recht bedeutsamer Teil werden, weil wir dann echt richtig heftige Waffen damit machen können. Aber jetzt erstmal den Eisendolch. Das sieht gut aus. Wenn ihr euch für eure Klingenzeit nehmt, werden sie euch gute Dienste leisten, wenn ihr sie braucht. Mhm. Ihr wollt mir weiterhelfen? Wie wäre es, wenn ihr eine Rüstung anfertigen würdet? Beginnen wir damit, etwas Leder auf dem Gestell zu gerben. Gut. Dann geben wir mal ein bisschen Leder. Und zwar das hier. Ja. Und wieder zu Albor. Hier ist das Leder, das ihr haben wolltet. Ah, gut. Bei vielen Waffen und Rüstungen wird Leder für Bänder zum Anpassen und dergleichen benötigt. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigen könnt. Hier ist der Rest von dem, was ihr braucht. Einen Pelzhelm. Den stelle ich jetzt trotzdem hierher, oder? Pelz. Einen Pelzhelm. Erschaffen. Ja. Und den bringen wir jetzt gleich wieder zu Albor. Hier ist ein Pelzhelm. Wenn ihr so weitermacht, sollte ich euch als Assistenten einstellen. Verbessern wir die Passform. Nehmt dieses Leder mit zu dem Arbeitstisch dort drüben. Gut. Den verbessern wir jetzt noch und dann war es das, glaube ich, schon mit dieser kleinen Einführung in Schmiedekunst. Jetzt verfeinern den ein bisschen. Und das bringen wir in den gehärteten Pelzhelm zu Albor. Ich habe den Pelzhelm gehärtet. Ihr habt Talent. Übt nur fleißig, dann werdet ihr eines Tages ein guter Schmied. Ja, das heißt ja eines Tages. Behaltet doch den Dolch und den Helm. Vielleicht denkt ihr dann an mich, wenn ihr Himmelsschmiedenstahl macht. Hilfe. Okay, hier sind wir jetzt bezahlt darauf, den werden wir noch ein paar Mal beginnen. Also jedenfalls so ähnlichen. Und ja, wir gucken jetzt erst mal, ob wir die fertig machen können. So, die haben wir jetzt erst mal so ein bisschen weg. Wo ist der andere, der liegt da draußen rum? Okay. Verdammt. Ich habe irgendwie gerade überhaupt nicht auf meine Lebensanzeige geachtet. Okay, tut mir leid. Ich mache das jetzt einfach nochmal kurz im Eilverfahren durch. Ähm... Eisen, Eisendolch. Gut. Jetzt geh mal weg da. Ich... Das ist nur ein kleines Dorf. Aber wir arbeiten hart. Und halten sich... Ja, hier ist es komm. So. Eisen soll ich... Ja, ja, ja. Den Eisen soll ich ein bisschen verbessern. Ah, ja. Herstellen. Ja. Also wollte ich es nicht machen. Erst mal hier das... Ledergärben. Ja. Gut. Ja. Sehen wir mal, ob ihr einen Pelzhelm anfertigt. So. Hier ist der Rest von dem, was ihr... Pelzhelm. Ja. Ich habe doch... Ah, gut. Nicht, dass ich jetzt zu schnell war für die Quest. Pelzhelm ist hier. Verbessern wie die Passform. Und das Letzte jetzt hier nochmal kurz... Herstellen. So, jetzt speichere ich mal kurz. Ähm... Gehärtet. So. Was habt ihr zu verkaufen? Jetzt gucken wir mal, ob der ein bisschen was Besseres für uns hat. 22. Unsere Waffe ist jetzt... 28. Ja, die müssen wir jetzt nochmal kurz dann verbessern. Ist dann also 29. Mal gucken, ob wir was Besseres finden. Finden. Wow. Also hier ist einer auch mit 29. Der kostet aber ja relativ viel und bringt uns eigentlich nichts, weil er dann genauso gut ist wie unserer. Der kann halt noch, äh, 5 Gesundheitspunkte absolvieren und ist einfach scheißteuer. Also mein Gott. Sieht schon geil aus, aber auch viel zu teuer für uns jetzt erstmal und schlechter. So, das probiere ich jetzt erstmal nicht, sondern wir schleifen. Und unseren Stahlkriegshammer erstellen. So. Jetzt haben wir hier einen feinen Stahlkriegshammer. Und jetzt gucken wir mal, ob die Feinde, die uns eben so schön vermöbelt haben, nochmal kommen. Und wir waren jetzt halt ein bisschen schneller als beim ersten Mal. Ja, sonst sowas. Äh, die lassen sich jetzt hier noch nicht blücken, aber die werden dann schon noch bald kommen. So was, äh, müssen wir jetzt hier noch machen. Ich spreche mit Sam, wenn und mit Delfine. Also zum Glück speichert das Spiel immer wieder, wenn man durch irgendwelche Türen geht und laden muss. Sven. Äh, äh, ich glaube nicht, dass Kamille weiterhin ihre Zeit mit Feindal verbringen wird. Das wollte ich hören. Gut gemacht. Ich finde, ihr habt etwas Gold von meinen Trinkgeldern in der Taverne verdient. Ja, gleich 25. Wow. Ähm, kann ich hier mal frische Vorräte kaufen? So, ich brauche jetzt gerade keine Hilfe, weil ich habe hier meine, äh, Lydia. Und da hat uns, ähm, Delfine schon aufgefordert, zu folgen. Da ist sie ja. Ich habe einen Plan ausgearbeitet, wie wir euch in die Botschaft der Talmoor schmuggeln können. Äh, kommt die nicht mit? Das wäre keine gute Idee. Ich würde wahrscheinlich die falsche Art von Aufmerksamkeit erwecken. Aber euch kennen sie noch gar nicht. Und wie lautet euer Plan? Wie soll ich mich in die Botschaft der Talmoor einschleichen? Die Botschafterin der Talmoor, Elenven, veranstaltet regelmäßig Feiern, bei denen sich die Reichen und die Leute mit Beziehungen bei den Talmoor einschmeicheln. Aha. Ich kann euch bei einer dieser Feiern einschleusen. Sobald ihr in der Botschaft seid, schleicht euch davon und sucht Elenvens geheime Akten. Ich habe einen Kontakt in der Botschaft. Für diese hochriskanten Aktionen ist er nicht der richtige, aber er kann euch helfen. Er heißt Malborn, ein Waldelf. Hat jede Menge Gründe, die Talmoor zu hassen. Ihr könnt ihm vertrauen. Ich kann ihm ausrichten lassen, dass ihr euch im zwinkernenden Skewer treffen sollt. Zwinkern der Skewer, okay. Äh, ne, ich kenne ihn nicht, aber der ist in Einsamkeit. Trefft mich bei den Stellen von Einsamkeit, wenn ihr alles mit Malborn arrangiert habt. Äh, ja, ist mir jetzt auch egal. Was mache ich? Äh. Gut. Das war das. Ich werde jetzt aber erstmal, wie gesagt, nicht die Hauptfest weitermachen. Weil, ja, die Talmoorische Botschaft ist jetzt nicht gerade, nicht gerade einfach für den Anfang. Und wir haben jetzt noch nicht... Da ist er, ja. So. Einer weniger. Ist da noch einer? Ah. Und schon können wir sie ganz leicht besiegen. Gold. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Die sind besser als unsere. Die sind besser als unsere. Alles mitnehmen. Kontrakt nehmen wir mit. Ähm. Ich muss jetzt mal kurz gucken. Bekleidung. Die sind besser als unsere. Die können wir wegschmeißen. Ja. Die brauchen wir auch nicht. Und die können auch weg. Jetzt gucke ich nochmal. Nichts mehr ist grün. Also man sieht unten rechts immer, was besser ist. Wir können natürlich das nehmen. Aber wir haben ja zwei Handwaffe. Also bringt's das nicht. Gut. Das war das. Das war das. Jetzt gucken wir mal. Was machen wir denn jetzt Schönes? Was ist hier? Bringen Nesselfluch in deinem Besitz? Nee. Mach mal nicht. Ist ja jetzt irgendwie noch viel zu anstrengend. Ähm. Ja. Gehen wir nochmal kurz nach Hochrodka. Und ich gucke mal kurz nochmal auf die Uhr. Ja. Da haben wir noch Zeit. Also ich versuche jetzt so die Skyrim-Folgen immer so eine halbe Stunde lang zu machen. Das sollte genügen. Sonst brauchen die auch immer so ewig zu rendern und hochzuladen. Das dauert jetzt eh immer schon so ewig, wenn ich die Portal-Folgen hochgeladen hab. Da dauert es schon irgendwie so einen Tag. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn irgendjemand irgendwelche Tricks hat, wie man irgendwie Full HD-Videos ein bisschen schneller hochladen kann, dann wäre ich, äh, sehr verbunden. So, äh, ne, Bori, müssen wir nicht. Dovakin. Ja, Dovakin. Äh, Wulfka? Nee, wo ist denn der andere Mongo? Äh, äh, äh. Muss ich hier nicht um einen? Also bei, jetzt sagt mir nicht, dass ich hier ganz umsonst bin. Angaia. Worum ging es bei der Zeremonie? Ich habe nämlich angeschrien. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das jetzt wichtig ist. Ah, seit lang bei uns. Nun seid ihr Ismir. Nee, äh. Ja, ist mir jetzt auch egal. Ah, okay, jetzt kann ich meine Ausbildung fortsetzen irgendwie. Ihr habt schon... Aber es gibt viele Worte der Mann... Ja, ja, es ist mir so egal. Alter, was ist denn das so viel? Äh, wann kann ich Patonax, euren Anführer... Patonax ist ein sehr lustiger kleiner Typ, ne? Wer ihn kennt, der weiß, was ich meine. Ein sehr, ja, ein sehr, sehr alter... Ein alter Mann, ne? Äh, hab die Worte da Macht gefunden. Wir haben das Flüstern eines Wortes vernommen. Oh, das hat er uns eine... Ein Ort genannt, wo wir einen weiteren Schrei finden können. Und, ja, okay, weiter, das haben wir auch nicht erfahren. Ähm, ich weiß gar nicht, ob dieser Max das erwähnt hat, aber für die totalen Anfänger unter euch, man kann nicht aus Häusern hinaus schnell reisen. Man muss immer, äh... Muss immer Himmel über sich haben, zum Beispiel jetzt hier. Dann können wir mal kurz... Ah... Wir gehen mal kurz in die Drachenfeste. Und räumen den Jal so ein bisschen aus. Das machen wir auch mal gerne. Einfach irgendwie... Die Jale haben manchmal ganz gute Sachen. Und vor allem jetzt bei dem, äh... Da ist der Ballgrove, der Ältere. Der hat, äh, einen besonderen Stein. Und den wohl, äh, wollen wir uns jetzt mal holen. Ja. Mal gucken. Lass mal schauen, was die so sagen hat. Oh, nee, braucht man nicht. Huskerl ist einfach nur, äh, so, quasi, das ist mein Huskerl. Da, diese... Dieses... Dieses Frau da. Ah... Das haben wir von dahin geschmissen. Die ist unwichtig. Ja, Alchemie werden wir auch noch machen. Und Arcana Verzauberer auch. Auch wenn ich jetzt nicht so viel von Zauber halte. Ähm... Lololo, mach mal kurz mal Zutaten. Ich hab hier noch nix gemacht. Also machen wir jetzt erstmal alle einmal Essen. Sodass wir... Bei jedem eine... Eine... Eine Eigenschaft hier kennenlernen. Gut. Ähm... Hm. Ah ja, genau. Wir wollten uns ja den Stein holen. Der müsste hier hinten irgendwo sein. Das ist hier drin. Hm. Nix besonderes leider. Es wird noch nachher sehr lustig alles. Wir werden hier noch überall nochmal hinkommen. Sehr schön gemacht von, äh... Bethesda. So. Leider ist der Typ jetzt hier drin. Mal gucken, was der so hat. Ah. Diese ganze Herumsteherei ist doch Mist. Wir sollten den Kaffee... Die können wir uns einfach nehmen, ohne... Zu stehlen. Das hier auch. Jetzt... Ich bin kein Mann. Ich bin eine Waffe in Menschen. Nehmen wir uns hier mal ein bisschen was. Ich hoffe, das funktioniert. Schade. Egal. War ja nur eine Idee. Nehmen wir uns einfach nur... Alter. Es sind doch nur... Keine Ahnung, wie viel Euro... Wie viel Goldstücke meine ich. Okay, ich glaube, ich lasse das jetzt irgendwie. Das nervt mich jetzt irgendwie gerade. Ähm... So. Jetzt müssen wir leise sein. Weil hier ist dieser Stein, den ich meinte. Wer sieht mich denn bitte? Ja, ein ungewöhnlicher Stein haben wir jetzt gefunden. Davon wird es insgesamt 24 geben. Wow, Ringen schleichen. Aber 0% zum Stehlen. Also hier unten steht immer so... Wahrscheinlichkeit. Und wenn wir alle diese 24... Oh, ich wollte gar nicht rausgehen. Egal. Ihr seht nichts mehr. Ne, wenn wir alle diese 24... Äh... Ungewöhnlichen Steine haben, dann... Äh... Den Harp, den ersten. Ähm... Weil man nachher total durcheinander kommt... War ich da jetzt schon... Also schreibe ich mir mal auf Balgro... Uff... Das sollte nicht reichen. Gut. Ähm... Boah, können wir hier auch runterspringen? Okay. Äh, klar. Wir sind ja in der Bezirk von Weißlauf. Also können wir auch hier runterspringen. Gut. Ähm... Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Machen wir uns auf Weg nach Einsamkeit? Oder auf dem Weg nach... Äh... Dingestens Windhelm. Oder bleiben wir nochmal hier. Aber hier ist jetzt erstmal nichts mehr. Nichts Interessantes. Ähm... Also mir fällt jetzt gerade nichts ein. Man kann natürlich... Ich bin ein Nord wie jeder andere. Hier noch einmal kurz mit ein paar Typen reden. Und gucken, ob wir irgendwas bekommen. Das ist eine Sache stolz auf seinen Erden. Kampf... Blablabla... Blablabla... Ja, da gibt's noch ne Quest mit den Graubär... Äh... Graumähnen... Und Kampfgeborenen. Da gibt's noch ein paar Quests. Ist mir jetzt aber irgendwie grad wurscht. Die werden wir dann später noch... Äh... Finden die Quest. Oder erhalten wir nicht. Ähm... Ähm... Hm... Ja, dann... Ich glaub... Wir geben uns erstmal in Richtung Windhelm. Und die nächste Stadt, wo wir schon mal waren, ist Künestheim. Dann haben wir nicht so einen langen Weg zu laufen. Ja... So, die Zeit sagt, das sind jetzt schon 28 Minuten. Wow, das geht echt wie im Flug. Ähm... Ja, das sollte dann eigentlich für heute mal wieder reichen. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Schreibt mal in die Kommentare, ob das jetzt... Okay für euch ist, dass ich jetzt hier weiterspiele. Oder ob wir warten sollen, bis Maxi irgendwie seinen Account wieder hat. Also, der hat's aus Versehen gelöscht und kann's grad nicht mehr laden. Äh... Ja... Sehr schade. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal. Ähm... Ja, wir haben jetzt auch ein neues Intro. Ich hoffe, das gefällt euch auch. Und... Ja, ich bin das Drachenblut, Mädel. Ähm... So, was wollte ich grad sagen? Egal. Äh... Schreibt einfach in die Kommentare, ob es euch gefällt, was nicht. Wie immer. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wo wir hier dann paar... Paar Kohl... Kohl... Köhle... Kohl... Kohl... Was ist ein Plural für Kohl? Paar Kohl sammeln. Ist auch egal. Bis zum nächsten Mal.